Herzlich Willkommen zur Second Life Kirmes Folge Nummer 8. Diesmal mit einem Spielzeitvideo von Bamberger Plarrer. Letztes Mal hatten wir den Aufbau dokumentiert und nun zur Spielzeit. Es ist der vorletzte Tag. Morgen ist auch nochmal und dann ist der Bamberger Plarrer nach einer längeren Spielzeit als sonst vorbei. Und man muss sagen, wenn ich hinter mir aufs Besucherbord gucke, es war ziemlich gut was los. Vor allem an den ersten zwei Tagen war relativ richtig gut was los, was sich auch an den Spendenboxen gezeigt hat. 182 Besucher insgesamt. Mal schauen, ob wir die 200 noch schaffen. Ja, heute ist eigentlich mit der schwächste Tag, so vom Gefühl her. Dann schauen wir mal. Ja, was ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, ist der Lageplan. Der ist neu. Haben wir auch wieder gemacht, wie im letzten Jahr. Eine Geschäftsänderung gibt es leider doch. Mr. Gravity muss dann leider am zweiten Tag abgebaut werden. Und stattdessen werdet ihr gleich sehen, steht der Devil Rock dort. Und ja, mein Volksfestbüro steht nach wie vor da. Und jetzt ist auch alles aufgebaut. Muss ja auch so sein. Ja, der Autoscooter. Dann Oktopussy. Der Biergarten. Wo übrigens diesmal auch DJs aufgetreten haben, zum ersten Mal auf dem Bamberger Placher. Morgen wird's außerdem ein Abschlussfeuerwerk geben. Um 21 Uhr schätzungsweise. Und ja, dann schauen wir mal noch ein bisschen drüber. Hier haben wir natürlich die Frisbee, die hat jetzt auch komplett aufgebaut. Dann haben wir noch einige Buten dazu gestellt, was letztens ja auch noch nicht war. Zum Beispiel hier an der Rückwand vom Oktopussy. Dann hier der Devil Rock, der als Ersatz eben kam. Eine Chorusbude. Und da möchte ich auch noch einiges dran machen. An die Schlossallee. Sehr schicke Bude übrigens. Dann noch die Schiffschaukel mit dem Mann. Der auch was sagt. Wenn man hinläuft. Zumindest gibt's davon eine Version. Aber ich hab natürlich nicht die nervige Version, weil irgendwann geht's echt auf die Nerven. Ja, dann der Alpha One. Der hat jetzt leider zu. Und ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Hier nochmal Boden. Genau. Da haben wir der Autoscooter zurück zum Eingang. Genau, wenn ihr uns dann noch gerne zum letzten Tag besuchen wollen wollt, sehr gerne. Wir würden uns freuen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.